wir müssen runter runter ja da ist es ich gehe aber so runter nur noch ein halbes herz muss dann das buch bei mir das falsches buch ich habe immer noch materials in you mit 672 erstmal 672 war nicht hast du deine schuhe kannst du einfach anders anziehen dann zieh die hose aus nein und meine schuhe dann zieh deine schuhe auch aus es ist unfair nein finde ich nicht das ist sek fackeln wenigstens mit ja diesmal habe ich fucking dabei ja auch was auch muss eine brücke sein warten sie auf mich was ist das schwarze da hinten meine tochter taucht was auf ich weiß gar nicht wo du bist ich kann die kühe mit dem hammer töten ach stimmt ja sehr gut also krieg doch gebratenes raus weil da flame mit drauf ist auf dem hammer platze platze für autoschmeldering obwohl der ich auto schmelde ich weiß ach du scheiße was das für ein ding mir da bist du brutzel 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 ja noch mal da geben unter was hast du da auch so komische weißes licht immer so und jetzt irgendwo näher hier nicht 672 das ist hier und dann müssen welche richtung noch 1000 und äh 1300 8 ja wir machen uns böter böte 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 das war mit dem hammer aufbauen mit dem boot ich mache vor sogar zwei stöcke man weiß er lieben vor zwei stück noch haben was Was? Wo bist du? Wo bist du? Was hat das? Ich hab auch keine Ahnung, was er jetzt schon mit anstreitet. So, da bin ich wieder. Ach, ich musste eben die Tür aufmachen, der Schlüssel wurde vergessen. Da ist das Ding. Ähm, ich mach mal ein Chat auf. Guck mal ein Chat rein. Nein. Doch. Hier ist nicht Blattmund drauf. Doch. Jazzboot. Ich hab dich sehr lieb gehabt. Oh. Ich nehm schon mal das Schwert in die an. Sicherheitshalber. Okay, hast recht. Wuhuhuhuhuhuhu. Ich bin durch. Und? Ist genau so ne Mauer. Mauer. Hast du das Ding auf ihn ist abgeschlossen? Ja, okay. Okay, ist. Ähm. Evil Wayne. Okay, minus neun. Ähm. In die Richtung. Okay. Hier lang. Hä, minus neun. Ja, da lang. Ja, hier lang. Nein, nicht da lang. Minus neun. Und was ist die letzte Zahl? Und 225. Richtig, wir müssen hier lang. Ja, freundlich. Jetzt, oh, dein Ernst? Jetzt machst du meine Arbeit? Ja. Mach doch einfach so. Nein, nicht da. Ey, in die falsche Richtung. Was willst du? Minus neun ist da lang. Ich geh' hier lang. Ich geh' hier lang. Ich geh' hier lang. Ich geh' hier lang. Geht minus neun schneller. Und 225 Wörter? Ja. Hm. Ich geh' hier lang. Oh. Ich geh' hier lang. Ich weiß, wo er ist. Wer? Wizard? Du hast nicht die Meldung bekommen. Kein Wizard hier. Nein. Ich hab die jetzt oben stehen, ja. Hi. Vorsicht. Ja. Oh, da oben. Und auf 66. Ne, das kann nicht passen. Irgendwo da oben ist es auf jeden Fall. Da müssen wir runter. Okay. YOLO! 66. Tschüss. Bist hingegangen. Ups, jetzt bin ich auf Höhe 48. Ich bin so weit runter gesprungen. Oh. Oh. Drei Wizard Spawner seh' ich auf jeden Fall. Minus neun. Fick dich, du kleiner Hurensohn. Ich bin auf minus neun. Ja, ich... Ähm, hier sind zehn Wizard Spawner mindestens. Bist du denn? Oben. Achso, ja, gut. Nimm Feuertrank. Du hast Feuertränke bekommen. Hab ich? Ja sicher. Ja ne, das ist ja nicht so das Problem grad. Minus neun. 525 hier. Und dann? 66. Alles klar, unter mir. Oh, hi. Oh, hi. Ihr klein Hurensohn. Wir haben auch Obsidian bekommen. Ja. Ähm, ja die Wizard ne? Ja. Boah. Willst du was tun? Hä? Willst du gegen die Wizard kämpfen? Nein. Ich bin auf jeden Fall da, aber ich komme, ich gehe da nicht runter. Wow. Ja, gut. Er schießt mich immer durch die Gegend. Bist du bei mir? Nein, bin ich nicht. Ich bin unten. Ich fahr ja immer weiter runter wegen dem Missfichern. Die verfolgen mich ja grad. Es wäre schlau, wenn sie dich verfolgen. Ich sag ja, die verfolgen mich grad. Puh, ich bin einfach zu weit runter gesprungen. Ich heiße den Whizzer Effekt. Ja. Na, Jungs? Ist das dein Ernst? Ja, es ist sein Ernst. Ich merke das. So. Das sind viel zu viele. Quatsch. Nicht, ach, Quatsch. Ich grabe mich auf... Scheiße, ich muss doch auf neun gehen. Gutes Stück. Ich bin ein kleiner Miner und du siehst mich nicht. Ich grabe unter deinem Arsch vorbei, das weißt du doch nicht. Ich klau dir gleich dein Geld. Sind sie jetzt da oder muss sie da hin? Da muss ich nicht. Da hab ich nicht. Da hab ich nicht. Wo ist er da hin? Da hab ich nicht. Wo ist er da? Da hab ich nicht. Was ist er da oben? Was ist da? so hallo was gefunden hallo 30 m entfernt ich muss doch da lang weil ich immer durch die gegend gekriegt wird von den füchern das hätte ich aber wissen sondern die das blick entfernt bin das milch bist du denn 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 männer oder denn nein aber er hat doch auch nicht ich bin gar nicht hier die pfist jedoch gar nicht tralalalala da 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 und schuss ich bin mir fest so ich bin auf der spornerebene gelandet nur viel spaß bin gleich tot toll landest du jetzt eigentlich hoher welt wieder da hinten so nicht mit obsidian ruhe gebaut kann das sein nein da ist aber noch obsidian penis da ist obsidian penis das kann nur dein obsidian penis sein nein war ich nicht mit obsidian penis ich habe immer so gebaut auch viel zu 209 ok hallo 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 ich habe es gefunden hallo verdammt hast du die wolle gefunden nein habe ich nicht hallo hallo wo ist die wolle meine freunde ist da keine wolle drin ich weiß nicht wo wie sein soll ich dachte du hast das ding gefunden nein wenn du es doch auf der gleichen höhe was alter wie konnte ich den wizard away machen das klo ach du bist gestorben jetzt müssen wir hinlaufen ja bin schon auf dem weg kakalakai meine fresse ist das gemein ich habe da ein paar weg gegraben ich weiß nicht wo die wolle soll also wenn die da sein soll gg einfach unter den spawnern in der verheergaben und immer wenn du weißt dass ein spawner der es einfach kaputt macht ich wollte gerade die ganzen spawner kaputt machen und dann war ich tot ja da wurde es zu wizard away gemacht äh bin ich überhaupt richtig aber extrem ja ja ich war genau passiert nichts passiert nichts passiert nichts passiert oh oh zucuk oh knurr hm ja ha 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 alter ist ekelhaft halt sind uns hä müssen wir da hinten lang oder was was machst du da wieso da wollen wir wieder einen erdpädis baust das ist kein erdpädis außer wir sind überhaupt kein penis das ist ein netherrack-penis ok da mache ich halt die alte tradition erst mal ein penis hinsetzen ich mache am anfang eine treppe hin fertig ja kannst du oben lang laufen ja und am besten nicht auf den stein landen sondern dann ins wasser